Ein Ford Transit steht hier zum Verkauf. Sieben Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 9,7 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis